Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe Freie Presse News und in der Leitung begrüße ich wie immer die unbestechliche, wie charmante Niki Vogt. Hallo Niki. Ja, hallo Wolfgang, du Vorkämpfer der Feinmedien. Wir haben wieder viele spannende Themen für unsere Zuschauer und Leser mitgebracht. Ich gehe mal gleich ein bisschen ans Eingemachte, das muss man gar nicht so groß, wie heißt es, ausführen. In Frankreich gab es mal wieder bürgerkriegsähnliche Ausschreitungen, diesmal in der Stadt Nantes oder Nantes. Und da haben, genau, interessant ist bei der ganzen Geschichte, wie hier die Medien darüber berichtet haben, angefangen von Spiegel und Fatz und Co., dass dort nämlich auf einen Plünderer oder irgendwie sowas geschossen wurde. Bei einer Polizeikontrolle ist ein junger Mann zu Tode gekommen durch Polizeikugeln. Der hat aber zuvor den Polizisten mit seinem Auto angefahren. Das liest man in deutschen Medien so groß nicht, sondern da wird die Polizeigewalt als Aufhänger dann benutzt. Und dann ist halt das Übliche da wieder abgelaufen, wie wir das auch aus den USA kennen. Wenn dort bewaffnete Kribinelle niedergeschossen werden, wenn es ein Weißer ist, kräht kein Hahn danach. Wenn es ein Schwarzer war, dann wird daraus sofort... Dann ist das reiner Rassismus. Also weiße umbringen ist kein Problem, das haben die sicher verdient, aber farbige umzubringen ist immer reiner Rassismus. Ich meine, natürlich sollte das überhaupt nicht vorkommen, das wollen wir jetzt mal ganz klar sagen, aber die Bewertung ist doch immer voraussehbar. Ja, das ist ja die Geschichte. Und irgendwann, das ist auch schon wieder, glaube ich, zwei Jahre her, da habe ich das mal aufgelistet. Es gibt verschiedene zugängliche Zahlen beim Pew Research Center. Da wird also sehr akribisch aufgelistet, welcher Polizist mit welcher Hautfarbe wann welchen Kriminellen oder auch vermeintlichen Kriminellen mit welcher anderen Hautfarbe erschossen hat. Und da kommt dann heraus, dass tatsächlich mehr weiße Opfer von Polizeigewalt werden, dass aber Schwarze in der Kriminalstatistik überrepräsentiert sind. Und von Rassismus sprechen dann sogar knallharte Liberals, wie die Linken ja in den USA heißen, dann eben auch nicht mehr so mit vollem Mund. Und das hat auch sich unter der Präsidentschaft von Donald Trump, denke ich, nicht wesentlich geändert. Aha, das ist ja interessant. Ja, manchmal sind Mathematik ist ganz politisch inkorrekt. Aber das werden wir auch noch ändern. Es gibt bestimmt auch noch eine politisch korrekte Mathematik, bei der eins und eins nicht zwei, sondern anderthalb ist oder je nach Farbe auch drei sein kann. Da gibt es ja auch so ein Buch, da steht drin erklärt, dass Krieg Frieden ist und Frieden ist Krieg. Und wie viele Finger halte ich hier hoch? 1984 wäre vielleicht für den einen oder anderen nochmal ganz lesenswert. Ja. Ja, ich spring gleich dein Einverständnis vorausgesetzt zum nächsten Thema. Es geht weiter im Asyltheater. Die Herren Kurz und Seehofer haben heute, wie auch das Gespann, Orban und Merkel, das neue Dream Team der Ost-EU-Entspannungspolitik, haben sich heute getroffen. Ja, also ich muss jetzt sagen, hier in dem Umfeld, was ich hier habe, die Leute verstehen überhaupt nicht, was jetzt los ist. Die fragen wirklich alle, was ist denn jetzt eigentlich, worum geht es denn jetzt, was soll jetzt gemacht werden? Ja, worauf haben die sich denn geeinigt? Ja, ist das denn schon? Und überhaupt, was stimmt denn jetzt davon? Die meisten, also ich muss auch ehrlich sagen, es ist ja jetzt noch gar nichts festgezurrt, oder? Nein, überhaupt nichts. Also bei den, ich schalte nochmal zurück eben zu den Herren Kurz und Seehofer. Die haben eigentlich nur angekündigt, dass sie sich partnerschaftlich und in freundschaftlicher Atmosphäre unterhalten haben. Strache und Kurz haben betont, dass es keine Regelung geben würde, die Österreich zum Nachteil gereiche. Das war alles. Und dann eben das Gespräch auf das Treffen der EU-Innenminister, was ja in der nächsten Woche dann oder in zwei Wochen stattfinden soll, vertagt. Da ist überhaupt nichts geeinigt worden. Also null. Deswegen auch hier in dieser Schlagzeile des Einigen in Anführungsstrichen. Es war einfach nur ein netter Plausch vor drei Herren, von denen der eine etwas älter ist als der andere. Also mit anderen Worten, Gelaber oder Dinge, die wir nicht hören sollen. Genau. Und ähnlich war es eben auch beim Treffen von Orbán und Merkel. Also lieber Viktor, sagte unsere Bundeskanzlerin und da könnte man ja dann schon als Zuschauer aufstehen und der eine klatschen. Man denkt, was für eine Heuchelei. Das mutet an wie diese Treffen, die sie mit Donald Trump hatte. Ja, ja, wo Donald gesagt hat, sie ist eine fantastische, großartige Frau. Genau. Und sie dann wirklich trocken abgebürstet hat, stehen lassen. Genau, genau. Eine ähnliche Strategie haben ja eigentlich beide gefahren. Merkel genauso natürlich auch wie Orbán. Der hat zwar nicht lieber Angela gesagt, er wurde ja dann auch simultan übersetzt, aber eben auch davon gesprochen. Und das finde ich halt bemerkenswert, dass sich Orbán für eine gemeinsame europäische Armee ausgesprochen hat und mehr Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Deutschland. Wo er doch sonst eben immer die EU auch in Frage stellt, obwohl er ja geltendes EU-Recht an den Grenzen, an der ungarischen Grenze zur Anwendung bringt und einfach nur seinen Job macht, dass er dann da hier militärisch eben auf eine gemeinsame Armee, so wie es sich auch Frau von der Leyen vorstellt. Ja, ja, ich habe ja auch so ein bisschen mitgekriegt, dass Orbán gesagt hat, ja, ja, also seine Armee würde schon mit den Grenzen und den Flüchtlingen da fertig, aber einen Angriff würde sie nicht überstehen. Ja, genau. Sie muss modernisiert werden und da erhofft man sich natürlich einiges an Geldern. Ja, ja, das wird es wohl sein. Andererseits erinnere ich mich noch sehr gut, dass in den, vor 2010 war das meines Wissens noch, der Schweizer Armeechef André Blattmann damals schon, da habe ich noch bei COP drüber geschrieben, vor großen Flüchtlingsströmen warnte und da konnte man aus seinen Ausführungen recht deutlich entnehmen, dass es bereits Pläne gab, eine Art Festung Europa aufzubauen. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Pläne im Grunde genommen schon beschlossen waren und man zackert jetzt noch ein bisschen hin und her und um das wirklich wirksam zu machen, werden diese Pläne erst dann aus der Tasche geholt, wenn man sich sicher sein kann, dass da keiner mehr den Finger gegenhebt, was ich nicht für sehr wahrscheinlich halte. Oder ob es eben so ist, man wusste das, man wusste, dass das auch beabsichtigt ist, aber man hat nicht gedacht, dass diese Absichten auch so brutal durchgesetzt werden würden. Also es ist eigentlich, muss ich sagen, oszilliert das irgendwo zwischen diesen beiden Plänen, die jetzt entweder durchgesetzt werden oder nicht oder man verhandelt da noch rum. Aber offensichtlich war schon vor über, ich sage jetzt mal vor etwa 15 Jahren, das den militärischen Chefs in Europa ziemlich bekannt. Denn Blattmann ist zwar dann kritisiert worden, aber nicht, weil es hieß, ja, er wird Unsinn reden, sondern eigentlich so eher nach dem Motto, wie konntest du das rauslassen? Genau, ja. Und interessant finde ich jetzt hier den Rollentausch, das ist also nach Orbán so weit nach vorne geprescht, also im Grunde dasselbe gesagt hat, wie Frau von der Lein oder Schäuble auch schon seit vielen Jahren dann jetzt immer so mainstreammäßig von sich geben. und Merkel dann sagt, sie würde jetzt nicht von einer gemeinsamen europäischen Armee sprechen, aber von einer gemeinsamen Strategie, da dann wieder ein Stück zurückgeht. Das ist merkwürdig. Am Ende würde es mich nicht überraschen, wenn hier beide Kräfte sich dann tatsächlich doch wesentlich mehr einig sind, als das so den Anschein hat. Naja, vielleicht versucht auch jeder noch, irgendwelche Positionen durchzupeitschen, indem er dem anderen da, wo es ihm am besten tut, noch ein bisschen den Ring am Ring durch die Nase zieht und dann sagt, ja, aber nur dann, wenn ich, und dann kriegst auch du. Also, jeder weiß, so funktioniert das. Das funktioniert jetzt aufs kleinste Ebene so. In unserem ländlichen Gebiet ist ein kleiner Lebensmittelladen und da treffen sich immer die Gemeinderatsmitglieder und dann wird vorher schon ausgekaspert, wer für welchen Antrag stimmt und was der andere dafür kriegt. Klar, ja, soweit das Asyltheater. Du hast hier noch eine ganz andere Geschichte. Ja, ja, der viel Geliebte. Da ist er wieder, ja. Da ist er wieder. Unser Donald, ja. The Donald. Donald ist mal wieder, ja, wie soll ich sagen, er droht jetzt die 9-11-Dokumente, die zwar fürchterlich geschwärzt sind und das, was man noch lesen konnte, war erschreckend genug, zu veröffentlichen. Also, man weiß ja nie so wirklich, wie weit ist dieses Narrativ vom Deep State, insbesondere CIA, die Clintons und Obama, die gegen Donald kämpfen und Donald ist der Gute, der vielleicht sich nicht immer am besten benimmt, aber doch eigentlich das Gute will, ich weiß es nicht. Aber eins kann man offensichtlich sagen, dass dieser Sonderermittler Robert Müller, sagen wir einfach Robert Müller, der war ja schon da, der jetzt die ganze Zeit versucht, Trump doch noch diese Russia Connection und Kollusion unterzuschieben, und der war schon damals bei den Anschlägen vom 11. September in dieser Kommission, die dann den Bericht erstellte und hat wohl ziemlich rabiat versucht, die Beteiligung von Saudi-Arabien in der ganzen Sache ein bisschen zu vertuschen. Man hat ja schon gewusst, woher die angeblichen Attentäter alle kamen und es lagen ja wieder passenderweise irgendwelche Pässe herum. Aber da hatte er schon eine ziemlich, er war ja auch Bush-Vertrauter, schon eine ziemlich dominante Rolle und hat diese Connections mit Saudi-Arabien recht gut vertuscht. Und das musste wohl auch damals sein, weil man ja diesen zweiten Golfkrieg da angefangen hat. Und man wollte also direkt da in den Irak rein und da musste man sich mit den Saudis für gut stellen. Deswegen wurde da so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, der große Schwamm drüber gezogen. Und das ist also eine zensierte Version eines einstmals geheimen Berichtes, die dann im Repräsentantenhaus vorgelegt wurde. Und den hatte dieser Untersuchungsausschuss unter Müller erstellt. So, und trotz der Kracher da drin, war so, es war schon sehr vieles rausgeholt worden. Aber wenn man jetzt bedenkt, was da alles bei herauskommen kann, was diese Bush- und Saudi-Connection betrifft, das wäre schon etwas, wo noch weit mehr zu holen ist. Denn die Familie Bush hat wirklich, also die haben echt einiges am Kerbholz. Ich weiß nicht, soll ich mal ganz kurz so ein... Da gab es ja, ja. Ja, also der Prescott Bush war ja schon im Zweiten Weltkrieg höchst aktiv und half den Deutschen bei Beschaffung sehr wichtiger Rohstoffe, kriegswichtiger Rohstoffe, Bankkredite für die Kriegswirtschaft. Insbesondere war das der Thyssen-Rüstungskonzern, wo die Bush schon mit drin hingen. Und zwar schon 1936 fingen die an, sich da mit Hermann Göring an den Tisch zu setzen. So, und die haben auch während des Krieges ordentlich Handel getrieben. Das Bush-Unternehmen war sogar wegen Verstoßes gegen das, wie hieß das, Trading with the Enemy Act, also Handeln mit dem Feind. Und da waren die also ziemlich eifrig drin. Auch der Vater des damals, also bei 9-11 amtierenden Präsidenten George W. Bush war im Ölgeschäft und das wurde ordentlich mit der CIA alles verkungelt. Und das haben die dann auch alles mit den Saudis abgezogen. Also die Saudis und die Bushs waren fest miteinander im Bush Exploration, Arbusto Energy, wie die alle hießen. Und da haben die sehr viel wirklich mitverdient und waren im besten Einvernehmen mit der Familie Bin Laden. Genau, und die haben ja nach den Anschlägen umgehend, wurden ja auch, glaube ich, 19 Familienmitglieder ausgeflogen, auf Weisung auch der Bush-Familie. Ganz genau. Das ging ja sogar so weit, dass Osama Bin Laden, so das schwarze Schaf, hatte da irgendeinen Stützpunkt in Saudi-Arabien, der Amerikaner in die Luft gesprengt und den Auftrag, das ganze Ding wieder aufzubauen und zu sanieren, bekam dann der Bruder von Osama Bin Laden, Bakr Bin Laden. Ja, das ist doch ein super Recycling-Kreislauf. Also, ich denke, ich muss da gleich irgendwie an Dosenpfand und den grünen Punkt denken. Ich weiß auch, ich weiß nicht warum, aber es fällt mir so hoch. Ach, das ist die Bilder im Kopf. Aber das muss man sich mal vorstellen. Also, wenn Trump das wirklich, das ist ja das, was wir schon wissen. Ich vermute mal, dass da noch ganz andere Bomben drin warten, hochzugehen in diesen Warenpapieren. Und wenn man dem wirklich mal nachgeht und das aufklärt, da wird es richtig scheppern. Also, mit diesem 9-11 hat Trump wahrscheinlich schon einiges in der Hand und wird da auch einiges drüber wissen. Geld genug hat er ja, an diese Unterlagen zu kommen, wo er diese ganze Bush, Clinton, Camarilla ziemlich ausziehen kann. Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da einige Druckmittel drin sind. Und die bleiben ja auch nur wirksames Druckmittel, wenn sie eben nicht ausgepackt werden. Von daher brauchen wir jetzt hier als Öffentlichkeit jetzt nicht darauf spekulieren, dass die ganze Wahrheit ausgepackt wird, sondern dass eben es nur um den Teil der Dokumente geht, die tatsächlich dann die Gegner von Trump dann losstellen würden. Ja, genau. Ich schätze das auch, ja. Aber gut, so ist das immer. Wenn man alles auspackt, ist das Ding ja auch verbrannt. Genau. Und dann hat es, wie gesagt, hat es keine Wirkung mehr. Und ja, was sich die ganze Wahrheitsbewegung dann davon erhofft, das wird auf jeden Fall meiner Einschätzung jedenfalls nicht eintreten. Wahrscheinlich nicht, nein. Ja, ich habe einen kurzen Faktencheck gemacht. Der verdient den Namen nicht wirklich, aber der Spaß, der musste einfach sein. Es geistern gerade ein paar Zahlen durchs Internet, dass 2017 fast 40.000 Deutsche Opfer von Straftaten durch Migranten geworden sind. Und normalerweise sind das ja immer alles Fake News. Und dann kann man das nachschauen auf Seiten oder anfragen, ob jetzt die Faktenchecker bei Mimikama, wie die in Österreich heißen, oder Korrektiv, ob die vielleicht wissen, dass die AfD mal wieder lügt. Weil die AfD hat das logischerweise aufgegriffen und beruft sich da auf einen Bericht der Wochenzeitung Wochenblick. Der geht hier gleich auch auf. Und ja, heute Mittag war auf Mimikama und Korrektiv noch nichts zu sehen. Kein Statement dazu, ob denn diese wirklich erschreckenden Zahlen auch wirklich stimmen oder eben nicht. Und das liegt natürlich daran, dass die Kollegen gute Arbeit gemacht haben und den Faktencheck gleich mitliefern, dass nämlich die Zahlen vom BKA stammen. Und ja, genau beziffert waren es 39.096 Deutsche und deutlich mehr als im Vorjahr. Da waren es 31.597, die eben Opfer von Straftaten durch Migranten wurden. Auch bei den Vergewaltigungen oder Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, wo die Täter eben Migranten waren und die Opfer vornehmlich Deutsche, ist der Anteil in ähnlichem Maße stark angestiegen. Und ja, zu checken gibt es da eigentlich gar nicht, sondern die Zahlen beruhen eben auf offiziellem Material. Und ja, Edgy Begy, Mimikama. Naja, ein trauriges Edgy Begy, aber es ist noch nichts gekommen. Also da ist jetzt Schweigen im Walde, oder sehe ich das richtig? Genau, wenn die, könnten ja diese Zahlen vielleicht ein bisschen anders interpretieren. Da muss man natürlich gucken, das sind Statistiken, die nach bestimmten Fällen dann klassifiziert werden. Da ist immer ein bisschen Spielraum da, um die ein bisschen anders zu deuten und sagen, ja, aber die eigentliche Sache, dass eben tatsächlich bei Straftaten grundsätzlich Migranten überrepräsentiert sind, speziell diejenigen, die eben ja seit 2015 ins Land gekommen sind, nicht bei allen Straftaten, also Steuerhinterziehung in Millionenhöhen natürlich nicht. Die zahlen alle Brabsteuer. Genau, genau. Sowas machen die nicht. Die haben keine Nummernkonten in der Schweiz, aber eben andere Delikte, speziell wenn es um Gewalt, ja, Vergewaltigung, Raub, Diebstahl und diese klassischen Sachen geht, haben wir eine starke Überrepräsentanz aus diesen Personenkreisen einfach da. Ja, das können auch die Leute von Mimikama und Korrektiv und nicht mal die Amadeo oder Antonio Amadeo oder wie auch immer sie heißt, ja, Stiftung, die können das nicht wegdiskutieren. Das ist einfach eine Tatsache. Ja, man kann ja vieles eigentlich nicht mehr wegdiskutieren, aber versucht wird es trotzdem. Genau. Aus ganz bestimmten Gründen, die wir auch kennen. Ja, richtig. Genau. Ja, wegdiskutieren, vertuschen, möchte man, ja gut, da haben wir es, möchte man auch gerne andere Dinge. Ah ja, das ist sehr hübsch. Also das ist so richtig wieder etwas, wo man sagen muss, Moment mal, das kann ja hinten und vorne nicht stimmen. Ja, es wurden also zwei Briten nicht weit von dem alten Tatort, nämlich wo Skripal und seine Tochter Sergej Skripal und seine Tochter Julia Skripal vergiftet aufgefunden wurden, angeblich von Novi Schock vergiftet. Allerdings ist das auch wieder so, dieses Novi Schock soll ja sofort tödlich sein. Sofort ganz fürchterlich, die leben aber jetzt auch noch und es geht ihnen gut ins Skripal und jetzt gibt es also wieder zwei neue und da hieß es in der Presse dann irgendwie, ja, das wären wahrscheinlich Junkies und die hätten schlechtes Dope gespritzt und wäre eigentlich nichts Besonderes, aber die lokalen Medien, insbesondere die lokalen Fernseh- und Radiomedien und Stadtteilblättchen haben also eindrücklich beschrieben, dass da ganz, ganz großes Aufgebot war, nämlich Feuerwehr mit Spezialautos und da sind also wirklich auch Sachen angefordert worden aus der weiteren Umgebung, um diesen Zwischenfall zu untersuchen und man kann also nicht sagen, dass diese Absperrungen und alle möglichen Leute evakuiert, dass das also mit zwei Junkies zu tun hat, die sich schlechtes Dope spritzen. So, dann gibt es da eine Karte in dem lobenswerten Artikel von dem Jens Berger, wo gezeigt wird, dass es also sowohl ein Chemiewaffenzentrum in der Gegend von beiden Anschlägen oder beiden Vergiftungen ist, als auch dieses Boss kommt down, das ist also ein privates Rüstungsforschungsunternehmen und das Krankenhaus hat dann auch wohl gesagt, ja, also man geht davon aus, dass diese beiden neuen Opfer auch nur wie Schock bekommen haben. Dazu muss man sagen, es gibt in der Nähe ein Queen Elizabeth Garden und da waren vor einigen, vor zwei Wochen, vor zwei Wochen, waren da Charles und Camilla zu Besuch und die beiden, die angeblichen, ja, wie soll man sagen, Junkies, sind gar keine, also das handelt sich hier um das Paar Dawn Sturges und Charlie Rowley, waren in diesem, in diesem Queen Elizabeth Garden, hatten wohl irgendeinen, man sagt hier nur Gegenstand angefasst. Das hat also Freeman von Alles Schall und Rauch sehr schön recherchiert, also das ist sehr schön, wie er das alles aufschreibt. Der Park ist nur 320 Meter von dem Ort entfernt, wo Charles und Camilla kürzlich zu Besuch waren und die waren halt da in der Gegend unterwegs und dieses Paar aber auch und sie haben also irgendwas angefasst und Charles und Camilla waren jetzt eigentlich dort zu Besuch, um das Image und die Tourismusindustrie von Salisbury, wo dann doch ein bisschen Einbruch war, nachdem man da einfach mal so auf Parkbänken vergiftet werden kann. Aber die Sache sieht doch sehr seltsam aus, wenn das so sein sollte, dass jetzt in genau dieser Umgebung in Salisbury, wo wir diese Rüstungsindustrie und diese Chemiewaffenfabrik haben, ein angeblich ein ehemaliger, Agent und Seitenwechsler, nämlich dieser Sergej Skripal, vergiftet wurde mit Novichok, wunderbarerweise samt Tochter überlebt. Jetzt ein völlig unbeteiligtes Paar in genau derselben Umgebung, wunderbarerweise sich nur krank fühlt und auch überlebt und dieses Gift soll also dann möglicherweise ausgebracht worden sein, um Charles und Camilla zu vergiften. Die aber vor zwei Wochen da waren und dieses Gift ja angeblich an der frischen Luft sich sehr schnell zersetzt, kann da ja irgendwas überhaupt nicht stimmen. An der ganzen Geschichte, genau. Und die sahen in der Bild, in der Bild-Zeitung standen, die sahen aus wie Zombies mit, wie bei The Walking Dead, es hat dann da noch ein, ein Nachbar, der sie dann ins Krankenhaus gebracht oder die Rettungskräfte alarmiert hat, dann ausgesagt, soll er ausgesagt haben. Hört sich alles sehr dramatisch an, als hätten die irgendeine Zombie-Droge bekommen und fehlt noch, dass sie irgendwem da in den Hals gebissen hätten. Könnte ich mir jetzt schon bei Prince Charles und Camilla. Ja, also das kann einfach, da erzählt man das mit den zwei Drogen-Junkies, dabei sieht jeder, dass da Kohorten von Outbreak-Leuten durch die Gegend laufen. Es heißt Novi-Schock, dabei kann es das eigentlich nach dem, was man davon weiß, nicht sein, in beiden Fällen nicht, insbesondere nicht, wenn es 14 Tage an der frischen Luft war. Und jetzt kommen natürlich verschiedene Vermutungen auf, wo man auch sagt, ja, möglicherweise wollte man mit einem abgeschwächten Gift, was nur als Novi-Schock-Bestandteile erfasst werden kann, einen Anschlag auf Camilla und Charles machen, damit man auch dies den Russen in die Schuhe schieben kann. Ich weiß es nicht, das ist mir auch ein bisschen zu weit hergeholt. Also irgendwas läuft da, aber wir wissen nicht, was. Also wenn die Russen oder irgendwer so einen richtigen Anschlag, also was gab es ja mal in Sarajevo, da wurde ja mal ein Thronfolger mit seiner Gemahlin erschossen. Du meinst diesen Halb-Hänfling da, Gabriel Princip, der Abiturient da? Genau, genau. Aber ich denke, wenn die Russen so etwas wirklich vorhätten, dann würden sie das auch umsetzen. Nicht so stöpferhaft. Ja, also dann, ich glaube, die wissen, die wissen, wie man so etwas macht. Ja. Also wieder ein missglückter Giftgasanschlag. Vielleicht will man die auch nur so aus der Reserve locken und sagen so, Moment mal, jetzt haben die uns zweimal so einen missglückten Giftgasanschlag bezichtigt. Beim dritten Mal machen wir jetzt mal tatsächlich einen und dann zeigen wir mal der Welt, vor allen Dingen den Briten, wo der Hammer hängt. Herr Van der Rijn, ich bin entsetzt. Ja. Also was, ich verstehe das ehrlicherweise nicht. Ich meine, selbst wenn man es vorgehabt hätte vor 14 Tagen und selbst wenn sich dieses Gift so lange hält, es an irgendeinen Gegenstand zu schmieren, 320 Meter weit weg von dem Aufenthaltsort des königlichen Paares da, wie kann man davon ausgehen, dass die jetzt einfach da, ich kenne den Gegenstand nicht, da dran langen. Also das ist alles sehr weit hergeholt, aber man kann es auch nicht ausschließen, weil die ganze Geschichte schlicht und ergreifend sehr abstrus ist. Ja. Ich denke so, dass das größte Indiz ist einfach, dass die Russen, also wenn sie wirklich so etwas machen wollten, natürlich will man ihnen da was in die Schuhe schieben, dann würden sie es eben einfach, auch durchziehen und ja, nicht so, ja, nicht so kläglich scheitert. Also es ist absoluter, so dilettantisch sind die nicht. Absoluter Blödsinn, was man uns da erzählen möchte und man muss ja auch ganz ehrlich sein, wir haben noch nie Novichok irgendwie mal selber im freien Feld versucht, testen können. Wir wissen gar nicht, wie das wirkt. Das sind ja eh nur, wir wissen natürlich nicht, ob man uns da also auch Schauergeschichten darüber erzählt. Vielleicht ist es halb so wild, keine Ahnung, aber die ganze Geschichte ist, sie ist einfach, die stimmt vorne und hinten nicht, das kann nicht sein. Genau. So wie es dargestellt wird, kann es nicht sein. Also ich denke da auch an Spinat, der Jahrzehnt fast ein ganzes Jahrhundert lang hieß es, da ist ganz viel Eisen drin und er ist sehr gesund und seit drei, vier, fünf Jahren weiß man oder sagt man, es ist gar nicht so, es ist doch nicht so gesund. Ja, ich... Messfehler. Eine Zehnerpotenz Messfehler soll es sein. Es ist nur ein Zehntel des Eisens drin, was früher gedacht wurde. Ja, ja, also naja, wer weiß, ja, also es ist schon... Ja, und ähnlich könnte es sich eben auch bei diesem Gift verhalten, dass das eben, ja, eben auch gar nicht so giftig ist, aber bisher hat man eben gesagt, ja, speziell russische Gifte sind halt super tödlich, die... Ja, weil die Russen an sich böse sind, ist doch klar. Ganz genau, ja, und es ist eine merkwürdige Geschichte, die hier halt von den Kollegen von Nachdenkseiten, wie aber auch von Freeman da einfach mal schön aufgedröselt wird und Freeman da auch den Bezug da sieht, ja, es könnte tatsächlich auch Camilla und Prinz Charles gegolten haben, finde ich eine gute... Also es ist nicht abzustreiten, dass das eine Möglichkeit ist, nur dann stimmen einige Eigenschaften nicht, die man diesem Novi Schock so zusagt. Genau, so ist es. Die schreibt, zuschreibt. Genau, kommen wir mal zu einem etwas erfreulicherem Thema. Ja, das haben wir noch geguckt, was können wir denn Erfreuliches bieten und es gibt was Gutes. Genau, die Sache mit den Upload-Filtern. Ja, da hat ja erst einmal jetzt die EU beziehungsweise das EU-Parlament gesagt, nö, so nicht, nicht mit uns. Ja, so ist es. Also die Datenschutz-Grundverordnung, die ist ja gerade erst in Beton oder in Stein gemeißelt, ja. Da kommen die halt mit diesem Quatsch da an. Jetzt jubelt das halbe Netz. Also viele Netzaktivisten meinen ja auch, ihre ganzen Aktionen gegen diese sogenannten Upload-Filter hätten jetzt das Parlament irgendwie zum Einlenken bewegt. Das glaube ich weniger. Es gab ja bei der Piraten-Politikerin Julia Redia, das ist die einzige Piraten-Politikerin, wo ich sage, die macht ihre Arbeit wirklich gut und hat auch Sachverstand, eine solche unterstützte Aktion, dass man seinen Abgeordneten dort schreiben und mit Fragen bombardieren kann und auffordern sollte, doch bitte diesem Quatsch nicht zuzustimmen. Naja, ich habe es aber vorsichtshalber auch mal gemacht. Genau, aber ich glaube, diese ganzen Aktionen haben überhaupt nichts damit zu tun. Im Wesentlichen geht es ja auch um das Leistungsschutzrecht und dass die Verläge da einerseits von den großen Suchmaschinenanbietern, im Grunde ist es eigentlich nur Google, entlohnt werden möchten und auf der anderen Seite Google als Eigner der Plattform YouTube, genauso wie Facebook eben auch, keine Lust haben, diese Upload-Filter-Technik einzusetzen, weil ihnen dann sehr viel Content durch die Finger geht. Ja, das ist genau richtig und die werden sich wahrscheinlich irgendwas ausdenken, wie sie drumherum kommen und wir werden hier als kleine Blogger und so weiter voll in der Pumpe sitzen, sage ich mal. Genau, und jetzt muss man auch sagen, nochmal auch zu der Datenschutz-Grundverordnung. Ich habe mich da nochmal weiter kundig gemacht. Eine Anfrage steht noch aus und zwar hat dort eine Polizeidienststelle vor einiger Zeit behauptet, ungefähr vor anderthalb Wochen, das Fotografieren von Einsatzkräften im Einsatz, Polizisten wie auch Rettungssanitäter und so, das sei regelmäßig ein Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz. Ich habe mir dann von anderer Seite eine Einschätzung auch eingeholt und auch nochmal beim Deutschen Journalistenverband nachgeschaut. Da steht also ganz klar, beim Fotografieren hat sich überhaupt nichts geändert und das gilt nicht nur für Pressefotografen, also Hauptberufliche, das gilt eben auch für Zeugen von Geschehnissen, die diese eben ja aufnehmen, mit Handy, Kamera, wie auch immer. Auch das sei von Artikel 5 gedeckt. Auch wenn diese Dinge dann im Nachhinein veröffentlicht werden, vielleicht nicht unbedingt im eigenen Facebook-Profil oder über Twitter, aber der normale Zeuge von irgendwelchen Geschehnissen darf die selbstverständlich mit seinem Handy aufnehmen und das zum Beispiel eben an die Presse weiterleiten. Natürlich lieber direkt an mich oder an. Ja, wo man dann bei der Veröffentlichung, da musste man immer schon nach bestimmten Sachen eben schauen, ja, werden da Persönlichkeitsrechte verletzt, ja oder nein. Aber es hat sich im Grunde gar nichts geändert. Ja, von der Polizei, eine nordrhein-westfälische Direktion war das, habe ich bisher noch keine Stellungnahme bekommen und ja, bei den Fachjuristen der verschiedenen Verbände bekommt man eigentlich immer nur das zu hören, dass das Kunsturheber-Dingster-Gesetz überhaupt nicht von der Datenschutz-Grundverordnung berührt wird und alles beim Alten geblieben ist und das eben eben auch für normale User zu gelten hat. Ja, finde ich auch mal eine klare Ansage, weil ja da doch sehr viel Verunsicherung entstanden ist. Da gab es auch ein Urteil vom Ober-Untermittelverwaltungsgericht in Köln in dieser Sache. Müsste ich jetzt raussuchen, welches Aktenzeichen genau, aber können wir ja diese Woche noch mal in einem Artikel aufarbeiten, um was es da ging, dass dieser ganze Alarmismus ja doch ein bisschen überzogen gewesen sein mag. Aber den Herren in Brüssel, denen kann man natürlich alles zutrauen und das sehe ich eben auch bei diesen Upload-Filtern und Leistungsschutzrecht so. Um die Interessen der einfachen Nutzer geht es auf jeden Fall nicht dabei und auch nicht um die Persönlichkeitsinteressen irgendwelcher Leute, die auf irgendwelchen Fotos drauf wären, sondern einen Knall hart um Urheberrechte und Lizenzen, Gebühren. Lizenzen, genau, und Umsätze. Was denn auch sonst? Da muss ich keine Illusionen machen. Das ist richtig. Und deswegen werden ja auch jetzt diverse prominente Musiker und so weiter nach vorn geschickt, dass das also faire Verhaltensweise sein sollen und man müsse doch auch dafür sorgen, dass die Künstler was davon haben. Ist ja alles gut und schön, nur, es gibt ja genügend, sagen wir mal, Erfahrungen, dass man dadurch, dass man Content frei ins Netz stellt, auch durchaus so viel Aufmerksamkeit erregen kann, dass die Leute dann auch bereit sind, Dinge zu kaufen und zu bezahlen. Es gibt ja mehrere Leute, die Filme machen, die stellen die in einer kleinen Auflösung bereit, kann sich jeder runterladen, darf jeder verbreiten und trotzdem und gerade deswegen gibt es dann durchaus Nachfrage und die Leute sind auch bereit für die Vollversion oder die besser aufgelöste Version Geld hinzulegen. In dem Moment, wo diese ganzen Musikverlage und Textverlage versuchen, alles zu unterbinden, damit ihr Leistungsschutzrecht gewahrt bleibt und sich gerade solche Riesen wie Google oder YouTube dann sagen, ja okay, dann lassen wir sie eben verhungern. Was haben diese Verlage davon, wenn sie in ihren Festungen sitzen und niemand nimmt es mehr zur Kenntnis? Also das ist ja auch eine andere Frage. Wenn sie nur ihren kleinen Bereich damit füttern, ja, ich nehme mal an, dass die Rechnung unterm Strich ein bisschen ähnlich ausfällt wie die ganzen Schutzzölle für Trump. Harley-Davidson produziert jetzt nicht mehr in Amerika und wenn die Leute dann das gar nicht alles so zu Gesicht bekommen, ja, dann werden sie möglicherweise weniger Umsatz machen, weniger Geld reinholen als jetzt. Da bin ich auch fest von überzeugt. Man kann ja auch jetzt hier mit den Leistungsschutzrechten für die ganzen Verlage, da geht es ja um Zeitungshäuser hauptsächlich, den Bogen auch zu Musik schlagen. Ich bin ja kein GEMA-Mitglied, habe aber ja auch verschiedene Musiktitel noch auf dem Markt, sind jetzt was älter. Wäre ich GEMA-Mitglied, hätte dort meine ganzen Kompositionen, sind ja alles Eigenkompositionen, hätte ich die da registriert, hätte ich für jeden meiner Auftritte GEMA-Gebühren zahlen müssen. Da ich aber zum Beispiel nicht solche Hits geschrieben habe, wie zum Beispiel Jack White, die Hände zum Himmel, das ist der GEMA-Spitzenreiter, oder einer der GEMA-Spitzenreiter, weil der wird auf jeder Hochzeit gespielt, auf jedem, was weiß ich, wie volkstümlichen Fest und so weiter, kommt ein Alleinunterhalter, gibt das in seiner GEMA-Liste an und dafür bekommt dann eben der Urheber dieses Liedes seine Tantiemen und kann sich davon ein schönes Leben machen. Hat er auch verdient, bitteschön. Aber es ist halt totaler Blödsinn und die kleinen Künstler, die werden ja von dieser GEMA eigentlich unterrepräsentiert, die gehen am Ende leer aus. Musiker, die... Ja, das weiß ich. Man hat im Grunde genommen, ist es ein Verkaufshindernis, weil einfachere kleine Veranstaltungen können sich das nicht leisten. Genau, und ich habe dann zum Beispiel auch dieser Irrsinn bei YouTube, habe dann die Titel, die werden dann über ein Label vertrieben. Das ist auch eine Non-Profit-Organisation davon. Die Einnahmen davon sind natürlich wahnsinnige Milliardenumsätze. Ja, da geht es ja gar nicht drum. Die werden auch noch gespendet. Also da habe ich gar nichts von. Bei YouTube-Videos, wo dann Musik vor mir läuft, selbst wenn ich die... Ist ja meine, die Rechte sind weiter bei mir, wird dann Werbung eingespielt, ja, die dann wiederum an dieses Label gehen und die davon auch nur 0,0001 Milligramm Prozent, was weiß ich, Eurocent von bekommen irgendwann mal. Das ist völliger Blödsinn, dass also tatsächlich auch dann von mir Inhalte gelöscht worden sind, weil ich da angeblich Urheberrechtsverletzungen begangen haben soll. Das ist ein Spinnennetz, in dem man gar nicht anders kann, als sich zu verstricken. Genau. Und das, dass dann, wenn man das jetzt hochrechnet, ja, wäre das, würde das jetzt ein Künstler betreffen, der auch da entsprechend Aufruf und Umsätze mit tätigt. Für den kann das tatsächlich existenzbedrohend sein. Es gibt ja unheimlich viele YouTube-Musiker, deren Videos dann, die mit Cover-Version, und da gibt es einmal diese spanische Gitarristin Gabriela, ich weiß nicht, wie die Nachname fällt mir jetzt nicht ein, sehr schöne Frau, die macht solche Fingerstyle-Arrangements von aktuellen Chart-Hits. Das ist einfach sehr sehenswert und hat da bei manchen Videos ein, zwei, drei Millionen Aufrufe, mehr als das Original. Wenn die jetzt dann von diesen Leistungsschutzrechten betroffen wären oder dürften das nicht mehr anfertigen, wäre deren Existenz ja, gefährdet. Die sind ja nur durch diese ganzen Geschichten dann bekannt geworden. Man hat dann gesehen, wow, die können wahnsinnig, da gibt es also eine ganze Branche, die da unterwegs ist, YouTube-Musiker sich anschaut und die dann eben zu Live-Events einlädt und davon leben die dann. Die werden dann halt von heute auf morgen, wenn sie in Deutschland jedenfalls leben würden, die werden arbeitslos dann. Kulturabwürgung. Genau, genau, ja. Und ich finde es einfach, ja, davon haben diese Beamten da oder diese Lobbyisten in Brüssel natürlich überhaupt keine Ahnung oder diese Funktionäre, die Lobbyisten schon, die wissen natürlich ganz genau, was sie da durchsetzen möchten. Ja, ja. Stell dir, ich meine, ein ganz einfaches Beispiel, Volkslieder. Ja, wenn jemand, also ein Volkslied, er wird ja nur ein solches, weil es Gemeingut ist. Jemand hat etwas gedichtet, hat dazu eine schöne Melodie. Es wurde im Dorf Klein-Kleckersdorf gern gesungen. Es kam Besuch. Ach, das ist aber schön. Sie singen es dann in Groß-Kleckersdorf. Jetzt stell dir mal vor, da wäre Klein-Kleckersdorf gekommen, hätte gesagt, hört mal zu, also das hat hier unser Bürgermeister erfunden. Entweder ihr zahlt dafür oder dürft das nicht singen. Wie soll denn da Kunst und Kultur entstehen? Auch die Malerei. Da kommt ein Künstler, der einen bestimmten neuen Stil entwickelt. Dann gucken andere, gehen in diese Malschule, der Manierismus und Pointillismus. Da müsste ja der Entdecker das, wenn zum Beispiel Pablo Picasso jetzt gesagt hätte, Moment mal, also der kubistische Stil, das ist meine Erfindung, das darf kein anderer. Wie sollen denn da neue Kunstrichtungen entstehen? Ja, frage ich mich auch, natürlich, oder dass man bestimmte Wörter nicht mehr sagen darf, zum Beispiel, was weiß ich, in irgendwelchen Filmen, ja, da müsste man jetzt schauen, in welchem Liebesfilm wurden zum ersten Mal diese berühmten drei Worte gesagt, da muss dann halt jeder weitere Filmemacher dann dafür dann Lizenzgebühren bezahlen, das ist einfach total absurd, aber diese Dinge da, die werden beschlossen, dass, da gibt es solche Stapel an Akten und Gutachten darüber, Gerichtsverhandlungen und ich weiß nicht was, ja, und mit der Realität hat es überhaupt nichts zu tun, ja. Ja, das wirkt, also so viele neue Musikrichtungen oder Schreibstile oder Dichtungen oder was auch immer, es wird einfach, wenn da einer mal, das ist ähnlich wie mit den, wie mit den Patenten auf irgendwelche Gurken oder Melonen, weil man zufällig entdeckt hat, es gibt eine Melonensorte schon, die ist schädlingsresistent gegen Tralala und du, du patentierst das, dann darf das niemand anders mehr haben, obwohl das vorher in allen möglichen Gärten war, also das, das ist eine, das ist eine Seuche und das ist wirklich sehr schädlich, was sich da entwickelt. Richtig, und also diese Auswüchse, die haben wir ja bei der GEMA, wenn es um klassische Musik oder auch um Volkslieder geht, die sind ja dann gemeinfrei nach 70 Jahren, kann man ja die Kompositionen von wem auch immer nehmen, wenn aber zum Beispiel irgendeine Grundschule, eine Kita, eine Bearbeitung, die noch nicht so alt ist, als Notenblatt oder eine Textbearbeitung dann verwendet, dann ist die wieder GEMA-pflichtig. Wahnsinn. Das ist einfach totaler... Das ist einfach verrückt. Ja. Es wirkt auch jede Kreativität ab. Und ja, das sehe ich eigentlich dann auch im September, wenn dann halt das EU-Parlament sich dann wieder mit diesen Dingen auseinandersetzen möchte, sehe ich dann schon wieder auf uns zukommen, es kann eigentlich nur schlimmer werden. Man muss ja auch die Panorama-Freiheit beim Fotografieren ist ja so, in Paris ist es ja nicht erlaubt, den Eiffelturm zu fotografieren, es sei denn zu privaten Zwecken natürlich, man darf den dann auch fotografieren und bei Facebook hochladen, aber eben, wenn man das mit gewerblichen Zwecken macht, geht das eben nicht so. Da braucht man eine Lizenz dafür. weil da Urheberrechte eben bestehen. Das war eben auch ein Bestreben, das in Deutschland einzuschränken, war auch die Piratin Julia Reder, die da sehr viel für getan hat, dass das nochmal unterblieben ist. Ich rede ja nicht gerne gut über Mitglieder dieser Partei, aber wenn da mal einer drin ist oder ein Näh drin ist, die gute Arbeit macht, dann muss man das auch einfach mal zu würdigen wissen. Ja, das ist doch völlig richtig, das muss man auch respektieren. Also ich frage mich, wenn die nächsten Touristen in Ägypten die Gizeh-Pyramiden, ob dann der Anwalt von Cheops kommt und sagt, Moment mal, also das sind aber die Pyramiden meines Mandanten und die haben im Jenseits auch seine Lizenzen. Ja, es ist alles, alles möglichst gut halt in fernen Ländern ist ja vieles nicht erlaubt. Da kann einem ja schon das Todesurteil drohen, jetzt in Ägypten nicht unbedingt, je nachdem, was man wo fotografiert. Ich glaube, in China ist das auch so, wenn man da... oder in anderen asiatischen Ländern auch, da wird man vorher genau instruiert, wo man denn die Knipse besser wegpackt und was man überhaupt darf und da kann ja schon eine falsche Handbewegung schmerzliche Folgen nach sich ziehen. Ja, in der Tat, also das, das ist schon, aber da haben wir doch noch vor zehn Jahren, 15 Jahren, die sagen, stellt euch mal vor, da ist das so und so und da hat doch jeder gesagt, oh Gott, wie gut, dass wir im freien Westen wohnen, aber das ist auch bald vorbei mit dem freien Westen, es wird immer enger mit der Freiheit. Ja, also ich hörte das, das, das heute noch vom Automechaniker, weil ich in der Werkstatt war, dann packte der erstmal einen Zettel aus, nach der von Reit Datenschutzgrundverordnung, sind Sie damit einverstanden, dass ich zum Beispiel von Ihrem Auto Bilder mache und die per WhatsApp zum Beispiel verschicke, wenn ich einen, eine Bestellung machen muss, wo Ihre Fahrgestellnummer drauf ist, dann kann nämlich der Zulieferer eventuell, wenn er sich dafür interessiert, auch wiederum rückverfolgen, wem das Auto gehört und ja, ja und, was die Herrschaften in dem Gewerbe dann einem da erzählen, mit was für bescheuerten Vorschriften, die gerade zu kämpfen haben, dass zum Beispiel die, die, wie heißt es, die Angestellten dann in der Werkstatt gar nicht wissen gehören, wem das Auto gehört, das sie gerade reparieren, ja und, ja, also, da fällt einem, das ist doch absurd, ist da, ich stelle den dann morgens früh auf dem Gelände, dass mich keiner sieht und dann haben sie ihre Pflicht erfüllt und halten dann den Auftraggeber vor ihren Angestellten geheim, ja, also, solche Auswüchse auf so Ideen kommen die Leute dann auch, ja, also, wirklich unfassbar, ja. Aber, verständlich, man muss ja wirklich sagen, die Leute machen sich auch Sorgen, weil sie wissen, dass man mit gesundem Menschenverstand nicht mehr rechnen kann, bei denen, die jetzt Regeln und Gesetze erlassen, das ist ja eigentlich genau das, was passiert, das ist ein Zeichen dafür, dass man jeden kranken, idiotischen Gedanken aus Brüssel beziehungsweise den einzelnen Regierungen, da muss man einfach mit rechnen. Richtig, man, ja, und das Resultat ist ja bei jeder Ankündigung, bei jeder Gesetzesänderung verunsicherte Bürger, die in vorauseilendem Gehorsam dann noch viel mehr Gefälligkeiten erweisen, als eigentlich gefordert sind und die auch gar nicht mehr wissen, was ist denn jetzt noch erlaubt, man darf ja nichts mehr sagen und dies geht nicht und das geht nicht, kann ich hier noch eine, kann ich hier noch eine Liste unterschreiben, wenn man zum Beispiel, heute macht man ja vieles über Online-Petitionen früher oder immer noch, wenn man so ein Bürgerbegehren macht zu irgendeiner Geschichte, dann legt man so eine Unterschriftenliste beim örtlichen Bäcker aus und dann kann jeder unterschreiben, ob er dafür ist, dass ein Blitzer aufgestellt wird oder wie jetzt hier bei uns in Nachbargemeinden wird gegen Windkraft mobil gemacht, die dürfen ja, das kann ja dann jeder sehen. Ja, ja, eigentlich dürftest du das wahrscheinlich auch nicht machen oder es müssten auch die, die Betreiber oder beziehungsweise die Initiatoren dieser Listen müssten dann jedem, der unterschreiben will, erst mal versichern, dass sie seine Daten so und so aufbewahren und so und so pflegen und auch auf, also das ist doch völliger, völliger Quark. Das wird auch nicht auf Dauer gut gehen. Nee, also ich bin schon darauf gefasst, auf die ersten absurden Gerichtsverfahren und Anklagen in dieser Ding, in diesen Angelegenheiten, dass dann Leute dann auch einfach ihren Laden dicht machen und sagen, nee, das gibt es nicht mehr, wenn man bei Supermärkten die PIN-Wende zum Beispiel sieht, wo die Leute dann Fahrrad zu verkaufen, Stereoanlage zu verschenken, da hinhängen, auch das Ganze ist ja irgendwie Datenschutz, ne? Es ist einfach nur noch bekloppt, das Leben funktioniert so nicht. Also es wird, das wird alles seine Folgen haben und die sind nicht gut. Nee, das ist wirklich alles geregelt und ja, wenn man es von Leuten hört, die in der DDR aufgewachsen sind, die da ja auch solche Schoten zum Besten gegeben haben, aber auch immer wieder betonen, dass das heutige da wesentlich schlimmer sei. Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Wenn man da einfach jetzt überhaupt nicht mehr weiß, was Sache ist, dort wusste man, Nachbar XY ist einer, dem verrät man lieber nichts, weil der Sohn ist bei der Stasi und was weiß ich was, aber man hatte seinen Rahmen, in dem man auch bestimmte Freizügigkeit hatte, da gab es ja auch noch keine Handys, wo man ausspioniert wurde, ja. Ja, das ist ja das Zweite, der Bürger darf, also der Metzger darf nicht wissen, wie der Kunde heißt, der schon seit 20 Jahren bei ihm die Wurst kauft, aber die Behörden können alles sammeln, alles ausschnüffeln, alles katalogisieren, Listen erstellen, Vorratsdatenspeicher, was alles wird irgendwo registriert und zwar in übelster Weise und zu deinem Nachteil, aber du als einfacher Bürger darfst eigentlich nicht wissen, wie dein Nachbar mit zweitem Vornamen heißt oder musst ihn vorher fragen, ob du ihn überhaupt bei Namen nennen darfst. Also es ist doch völlig beknackt. Ja, das ist ja völlig irrsinnig, also es widerspricht ja dann auch wieder zum Beispiel, ich muss Rechnungen zehn Jahre lang aufbewahren, die Daten aber, die darauf sind, die muss ich nach drei Jahren irgendwie schwärzen, ich muss die auch auf Papier ausdrucken und die Festplatten, also die, man müsste dann eigentlich einen Computer, wo irgendwelche Daten drauf sind, der gehört dann auch in einen Tresor abgeschlossen, wenn man es wirklich ernst nimmt und auf die Spitze treibt. Ja, also das ist völlig unpraktikabel, aber ich hoffe, dass wirklich mal einer durchzieht und einfach mal hingeht und um diesen Irrsinn aufzuzeigen, vielleicht Selbstanzeige erstattet oder irgendjemand anderen einfach sagt, pass mal auf, du hast hier gerade mindestens 30 Delikte begangen, die die Datenschutz-Grundverordnung betreffen und ich zeige dich jetzt mal an und das Ding ziehen wir jetzt durch und wir zeigen mal, wie absurd diese ganze Gesetzgebung eben ist. Es gibt ja auch so Schätzungen, dass der Mensch ja grundsätzlich am Tag, wenn es überall Überwachung gäbe, mindestens, was weiß ich, am Tag fünf Verkehrsdelikte begeht, wenn die alle geahndet werden würden, ja, also dann haben wir dann solche Auswüchse wie in China, wo es Punktesysteme gibt für Bürger, die sich angepasst verhalten und dann belohnt werden, da werden ja schon solche Versuche geführt, wirklich zum Gruseln und wenn man da hinschaut und sagt, die bösen Chinesen, wir sind auf dem gleichen Weg dahin, ja. Du wirst halt nicht belohnt, wenn du dich gut belimst, sondern du wirst bestraft für Sachen, von denen du gar nicht ahnen kannst und die auch seit Menschengedenken nicht so waren und das auch noch im Zweifelsfall richtig brutal. Genau und dann siehst du, da muss man doch sagen, da ist doch der Ansatz der Chinesen tatsächlich pädagogisch wertvoller, denn da werden tatsächlich die Bürger eben belohnt, ja, wer angepasst ist, der wird belohnt. Hier bei uns, also ich habe neulich noch, ich glaube vor zwei Tagen oder so war es, in Australien werden jetzt impfkritische Eltern, alle zwei Wochen bekommen die halt dann mitgeteilt, dass ihre Steuervorteile als Kinder, als Kinderreiche oder als Eltern gestrichen werden und erst dann wieder zu erkannt werden, wenn sie die Kinder impfen lassen, um die so zu erinnern, das ist Bestrafung und die Chinesen stellen aber dann Beförderung und mehr Gehalt und sowas in Aussicht, das ist Belohnung, das ist doch pädagogisch auf jeden Fall schon mal um Längen besser als das, was hier in westlichen Ländern durchgeführt wird. Ja, im Prinzip schon. Es ist wirklich alles, ich weiß nicht, die Welt ist verrückt geworden. Absolut, die Götter spinnen. Ja, ein anderes Thema, auch wieder eher eine unserer abschließenden guten Nachrichten. Wir haben ja meist, wir haben ja immer so viel mit Kriminalität und Toten und Krieg und sonst was da drin. Du hast hier was Schönes rausgesucht. Ja, ich denke, das ist mal was Hübsches. Das ist also ein Bericht von der Seite Utopia und hier wird gezeigt, dass ein junger Mann, der schon als Teenager das erfunden hat, also das Modell erfunden hat, das Prinzip erfunden hat, so eine Art Plastikmüllstaubsauger, also es soll ja eine riesige Insel im Meer von lauter Treibgut aus Plastik sich an so einem Wirbel zusammengefunden haben und dieser junge Mann kam also vor einigen Jahren schon mit dieser Idee, mit solchen Fangarmen und Abfisch netzartigen Ausläufern, das einfach zusammenzukehren von der Wasseroberfläche und das wird jetzt tatsächlich auch gemacht. Also er hat Sponsoren gefunden, das Ding ist weiterentwickelt worden und soll jetzt in den aktiven Einsatz gehen und das ist doch eine tolle Sache. Also es ist ja richtig toll, dass da mal eine gute Idee tatsächlich auch durchgezogen und durchgeführt wird und man will also innerhalb einer sehr überschaubaren Zeit, ich glaube, zwei Jahre, wenn ich mich nicht irre, möchte man das auch durchziehen und da soll schon eine ziemlich große Menge von diesem ganzen Plastikdreck schon abgefischt worden sein. Also dieser pazifische Müllstrudel heißt das immer. Und wenn das natürlich klappen würde, dann hätten wir doch mal wieder ein bisschen was gut gemacht als Menschen, was wir dem Meeren und den Tieren darin und der ganzen Welt, Meereswelt angetan haben durch unseren Plastikdreck und das muss jetzt auch ehrlicherweise nicht, ich bin manchmal entsetzt, obwohl wir versuchen, möglichst wenig Plastik einzukaufen und gucken, ob wir nicht etwas einfach nur beim Metzger zum Beispiel bekommt man es einfach nur in Papier einschlagen. Also wir gehen dann, wenn wir überhaupt Wurst oder sowas zum Biometzger und da wird das eben in Papierchen und nicht in einer verschweißten Plastikpackung, keine Getränke in Plastikpackungen, aber trotzdem und trotz allen Versuchen ist es doch immer so, dass man bestimmte Sachen einfach nicht ohne Plastikum und umantelung bekommt. Nein, das geht einfach nicht. Ich habe hier gerade noch mal so ein paar Bilder eingeblendet, die da, die man über Google über Plastikmüll im Meer recht schnell da zusammenfinden. Das ist wirklich erschreckend und vor allen Dingen bemerkenswert finde ich ja auch, wir haben ja eine Partei, die sich dem Umweltschutz mit Leib und Seele verschrieben hat. Komisch, dass man vom Plastikmüll ganz wenig hört und wenn ich da noch dran denke, bei der Einführung des Dosenpfands, auf das der Herr Trittin ja so sehr stolz war, dass dann eigentlich erst die Plastik- und Müllberge so angewachsen sind durch das duale System. Ja, ja, das ist ja oft, was dann dabei rauskommt. Da hat man eine Idee und dann denkt man, ja, ja, das drücken wir jetzt mal durch und dann die ganzen Kollateralschäden, die diese Idee dann mit sich bringt, das wird vorher nicht mal überlegt. Ja, und wir haben ja heute, es gibt ja halt so die grünen Witze und wenn es um richtigen Umweltschutz geht, da bin ich ja gerne mit dabei und leiste auch meinen Beitrag dazu. Von mir aus wäre die Mülltrennung jetzt wirklich das Nonplusultra, würde ich das auch mit Begeisterung machen. Sie ist es ja natürlich nicht und wie gesagt, wir können ja ganz ganz viel dafür tun, um den Müll zu verringern, aber es geht nicht. Wenn man sich irgendwas bestellt, irgendwas kauft, ja, dann ist das Zeug erst mal eingepackt, ob ich das jetzt zu Hause entsorge oder gleich im Geschäft lasse, das ändert ja nichts daran oder bei Nahrungsmitteln, man kann einfach nicht mehr mit der Schüssel losgehen und sich wie früher beim Konditor oder beim Bäcker irgendwie Sahne kaufen, das geht alles nicht mehr oder mit der Schüssel zur Pommesbude eine Schüssel Pommes holen und dann schnell nach Hause, das ist alles nicht mehr machbar. Das geht nicht, ja. Ich habe als Kind halb mich mit meiner Oma immer losgeschickt, Milch holen und es gab so eine Milchkanne mit so einem Deckel, so einer Metallmilchkanne und der hatte eine Pumpe und dann wurde das da rein und dadurch, ich weiß an euch, ich habe dann einmal gedacht, ja, das haben wir in der Schule, die Fliehkraft, einmal so rum mit dem Eimer so kreiselt und trotzdem, obwohl der waagrecht in der Luft hält, hängt, bleibt da jetzt Wasser drin, das habe ich dann mit der Milchkanne probiert, mit dem Erfolg, dass der Henkel abgerissen ist und diese Kanne mir durch die Gegend flog und mit Milch alles mögliche und ich habe ordentliche Watschen von meiner Oma bekommen. Ja, aber da war das noch so, da bist du echt mit so einer Metallkanne losmarschiert. Genau, 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 also mein Vater war Milchmann und ich kenne das halt vom Dorf auch noch, als ich dann größer war und das Geschäft dann halt dann schon durch die Supermärkte nicht mehr möglich war. Milchkannen hatte man vor dem Haus auf dem Mäuerchen stehen und dass die Brötchen dann in seiner Papiertüte kamen und da wurde man halt dann auch später in der Schule dann angehalten, bitte, bitte kein Papier für Pausenbrot und mach doch eine Brotdose und all diesen ganzen Kram, aber gebracht hat es eben nichts, sondern die Müllberge sind ja jetzt erst so rasant angewachsen und hängt natürlich auch damit zusammen, dass es immer mehr Menschen auf der Erde gibt, die eben diesen Müll produzieren. Ja, aber auch extrem scharfe Vorschriften für Hygiene, gerade bei Lebensmitteln und die sind, diese Vorschriften sind zum Teil nur herstellbar, indem man unter Luftabschluss Dinge mit Plastik zuschweißt. Ja, natürlich, diese ganzen Salmonellen Verordnungen, genau, das wurde dann eben gepredigt, verschlossen und so, das ist dann sauber und lasst es doch nicht draußen stehen und so, da kann da alles Mögliche, die Bakterien, die warten nur da drauf, um irgendwo rein, um euch zu vergiften, so, die lauern überall, die böse Gefahr, also ähnlich wie die bösen Russen, ja, habe ich manchmal dann so gedacht und ja, wenn man dann heute dann versucht, das wieder zurückzudrehen, besonders in der Stadt, da wird es aber schwierig. Naja, da sind die Leute auch gar nicht mehr gewohnt, also mit Gefäßen da zu kommen oder offene Lebensmittel, da hat man ganz schnell ein Problem als Händler. Richtig und wenn man dann zum Beispiel mal sieht, wie viele Menschen jetzt nach Europa einwandern, man könnte ja, wir haben da mal die Rechnung aufgestellt, wie sieht es mit dem durchschnittlichen CO2-Verbrauch eines Afrikaners aus, wenn er denn nach Deutschland kommt und unsere Lebensweise annimmt, dann, und das macht er ja, wenn er dann zum Beispiel duscht und etc., und CO2 eben produziert und andere Ressourcen verbraucht, dann steigt das in manchen Fällen um das 10- bis sogar 23-fache. Wie verträgt sich das dann wiederum mit der Umweltagenda der Parteien, die ja eigentlich auch für den Umwelt sind, die aber andererseits eben auch diese Massenmigration eben fordern und sagen, das muss sein, die Zustände sind da lebensunwert, es gibt Klimaflüchtlinge, also zum Beispiel in Afrika muss kein Mensch braucht da irgendwie Kosten für Warmwasseraufbereitung oder Heiz. Aber das ist halt, Wolfgang, was ich mal sagte, das ist diese Rangliste der Tabus. Also natürlich ist ein großes Tabu ist also dein CO2-Fußabdruck, den du mit deiner Lebensweise hinterlässt und dann gibt es eben noch andere Umwelttabus, aber es gibt eben auch das Rassismus-Tabu und das Rassismus-Tabu steht über dem Umwelttabu. Also das ist eine Rangliste, die muss man, das ist nicht sinnvoll und das ist auch nicht logisch, aber das ist eben so. Es gibt diese Tabuhierarchie und da wird überhaupt nicht sachlich diskutiert oder was führt denn zu was und wo kann man denn, nein, nein, das sind also das, was man eben früher an Anstand, Moral und gesundem Menschenverstand einsetzen konnte, um das große Ganze zu sehen, das gibt es heute nicht mehr, es gibt auch nicht eine Erziehung zum gewissenhaften Handeln, die auch dann wirkt, wenn es kein anderer sieht, sondern diese Taburangliste, die greift eben willkürlich und dann musst du immer wissen und trainiert sein, oh, was ist denn jetzt wichtiger? Genau, genau, ja. Ja und so ist es ja, wenn man tatsächlich an der gewaltigen Umweltverschmutzung, die ja da ist, anders und nicht zu leugnen ist, anders als die Geschichten mit dem Klimawandel und vor allen Dingen ist es ja nicht CO2, was die Luft belastet, sondern andere Schwermetalle und Schiffsverkehr, Flugverkehr und ja klar, das sind ja auch das Gewässer, guck mal, da redet doch kein Mensch von, CO2, Wahnsinn, Wahnsinn, aber was alles in die Gewässer kommt, was nicht in den Kläranlagen abgebaut wird, das sind zum Beispiel Medikamente und Hormone, die Pille, allein die Pille, die eben nicht abgebaut wird, diese Hormone, sorgen dafür, dass ganze große Gewässer kurz davor sind umzukippen, weil, also in Richtung ausgestorben, weil die Männchen aller möglichen Krebse, Fische, Schnecken, weiß der Kuchen, was da rummimmelt, verweiblichen, die werden unfruchtbar. Dann wäre es doch natürlich, wenn man denn auf globaler Ebene, das ist ein ganz komisches Wort, etwas für den gesamten Planeten tun möchte und die Umwelt schützen möchte, dann wäre es doch eher sinnvoll, wenn man die Menschen aus den Industrieländern, wenn man die dazu bewegen könnte, doch wieder eine etwas natürlichere Lebensweise anzunehmen, zum Beispiel, indem sie halt in Regionen auswandern, wo man noch ein bisschen ursprünglicher lebt und weniger Technik braucht, aber es passiert ja genau das Gegenteil und da können die ganzen Parteien und Lobbyverbände erzählen, was sie da wollen. Der Verbrauch, der wird ja zunehmen, je mehr Menschen halt nach dieser, nach einem Leben in den ach so reichen und tollen Industrieländern, wie Deutschland ja eben auch eines ist, danach streben, das wird ja dadurch nicht besser und dadurch wird kein Problem gelöst, sondern Probleme werden nicht nur gesellschaftlich, sondern eben auch was den Verbrauch und die Umwelt anbelangt, die werden verschärft werden. Auch diese Leute wollen alle, auch wenn sie es jetzt nicht schaffen, in der nächsten Generation ein Auto fahren oder sonst wie an der Technik teilhaben und dementsprechend dann auch Ressourcen verbrauchen. So ist es. So ist es, ja. Ja, und ja, wenn man halt diese ganze Geschichte dann auch noch mal so betrachtet und mal anders kritisiert, weniger auf den Menschen bezogen, sondern welche Auswirkungen das eben auch global eben hat und die sind eben nicht gut. Wenn wir wirklich was wollten, uns als Menschengemeinschaft oder Erdengemeinschaft begreifen, dann wäre es tatsächlich ja angesagt, dass wir hier wirklich sorgsamer mit unserer Technik, unserem angeblichen Wissensvorsprung da umgehen würden und dann, ja, dass wirklich eine Top-Meldung in den Tagesthemen auch wäre, ja, dass da jetzt ein junger Mann da so eine Technik erfunden hat, wie man die Meere denn wieder säubern könnte. Der Beuernslatt ist das. Ja, das wäre doch wirklich dann mal eine Vorbildfunktion und dass man eben nicht Milliarden, Milliarden ist jetzt überzogen, Millionen Menschen einlädt, auch noch zu uns zu kommen, damit sie denn eben auch noch dieses Leben führen, was uns ja auch alle gar nicht so glücklich macht. So ist es. Aber immerhin, das ist doch eine schöne Nachricht, dass das gelingt und dass das auch wirklich mal angegangen wird und dass das ein ganz junger Mensch, also dieser Beuernslatt war noch Teenager, als er auf diese Idee kam und er hat es tatsächlich durchgezogen, man muss sagen, wunderbar, großartig, Chapeau. Ja, in diesem Sinne, liebe Niki, liebe Zuschauer, wir sind für heute dann wieder mit unseren Meldungen durch. Ich hoffe, es war viel spannende Informationen und auch etwas kurzweilige Unterhaltung dabei. Bleibt uns gewogen, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, freie Presse News mit der charmanten Niki Vogt und unserem Vorreiter und Kämpfer Wolfgang van der Reit. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.